Liebe Yudoka, im ersten Teil unserer Mahenke-Serie geht es um einfache Lösungsmöglichkeiten für Kinder und Anfänger. Zunächst der Mahenke-Griff unter der Achsenhöhle ins Diagonale Revier. Gegen die Bankposition ziehen wir mit der anderen Hand den Ellbogen von Uke nach vorne und drehen ihn zu Kutsure Kisagatama. In der zweiten Variante, aus derselben Driftposition, sperrt sich Uke und wir gehen über den Hürgensitz zur anderen Seite und halten fest.